Im Kindergarten ist viel Offenheit, Lebendigkeit, Kinder haben viele Fragen. Sie sind offen und begeisterungsfähig und ein Fakt haben. Wenn du dich auch einmal im Monat in die Kinder am Sonntagmorgen investieren möchtest, mit ihnen geschichtenlosen Theater spielen, tolle Games machen, singen und deinen kreativen Adern Ausdruck geben, dann melde dich bei mir, denn unser Team sucht ab August Verstärkung. Ich freue mich auf dich!